Hier geht es noch rein, hier ist auch noch eine Truhe, aber das bringt uns alles auch nicht zur Karte. Unser erstes Ziel ist natürlich erstmal wieder die Karte. Da unten ist der Anfang. Okay, andere Seite. Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite rüber, gucken, ob ich da irgendwas übersehen habe. Ansonsten gibt es hier noch zwei andere Räume, wie ich gesehen habe. Die können wir auch nochmal ablaufen. Hier, ne, ah ne, das ist das hier, was ich meinte, ne? Ja, genau. Aber da waren wir halt auch noch nicht, da könnten wir gleich wirklich nochmal hin. Okay. Ähm, okay. Dann könnten wir es hier nochmal versuchen, aber wie kommen wir da hin? Da oben ist auch noch eine Truhe. So, was haben wir denn hier? Oh, ist das schon ein Kontrollpunkt? Sieht ganz so aus, ne? Ach, ne, das ist die Karte. Null. Okay, ich bin, okay, alles klar. Ja, okay, okay. Das ist die Karte des Titans, okay. So. 90 Grad drehen. Du hast den Zugriff auf die Steuerung des Titanen. 90 Grad Drehung. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Gut gemacht. Sieh sie dir einmal an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Van Naboris regeln. Um Naboris zurückzuerobern, ist es notwendig, alle von diesen Kontrollsiegeln zu lösen. Das wird sicher nicht einfach, aber wenn einer es schaffen kann, dann du. Oh, aber es gibt drei... Oh, shit. Oh, shit. Äh, okay. What the hell? Oh, shit. Okay, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Hm. Ich hab ne Idee, wie wir schon mal anfangen können. Und zwar, einmal hier rüber. Ne, einmal hier rauf. Einmal nehme ich hier rauf. Und hier mit Bomben zerstören. Hat uns das denn was gebracht? Okay, nein. Wie sieht das mit der anderen Seite aus? Das Tor hier ist auch erst mal noch zu... Okay. Okay. Okay, 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 okay. Moment mal. Wir stehen... Wir stehen gerade da. Wir drehen... Den einmal nach oben. Wie weit dreht der sich denn jetzt? Okay. Das hat gar nichts gebracht. Erstmal. Wir drehen... Oh. Wir drehen den nochmal. So, jetzt kommen wir da nämlich hin. Das ist ne Truhe. Gerade als ich gelesen habe, um 90 Grad drehen, hab ich mich schon wieder so ein bisschen gefreut, ne? Weil ich da halt auch so gar keine Probleme hatte, äh, bei dem Feuertitan. Der konnte sich ja auch nur um 90 Grad drehen. Das fand ich halt echt einfach. Da hab ich mich jetzt grad schon gefreut, weil ich dachte, das wär so was ähnliches. Aber... Absolut nicht. Das ist was komplett anderes hier. Ähm, haben wir denn hier... Wir haben hier ein... Wo steh ich denn gerade? Moment, 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 Moment. Wir haben hier auch Kontroll... Puh, okay, Moment. Ich muss erst mal einmal reinkommen. What the fuck? Ähm, wir haben hier an diesen drehbaren Dingern auch... Kontrollpunkte. Oder? Ja, genau. Einmal noch. So. Achso, nein. Das muss halt oben sein, ne? Okay, ich verstehe. Okay, Moment, Moment, Moment. Das heißt, wir drehen den jetzt nochmal. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ah, nee, wir hätten... Scheiße, okay. Nee, ich hab's doch kackt. So, Moment. Wir bleiben... Wir bleiben hier stehen. Ja, so. Und jetzt gucken wir mal, wo das Kontroll... Wo der Kontrollpunkt ist. Da ist er. Ja, aber einmal noch drehen, dann haben wir den doch, oder nicht? Oh, shit. Wenn ich nicht so voreilig wäre... Wenn ich nicht so voreilig wäre... Dann hätten wir den Kontrollpunkt jetzt schon gehabt. Ja, das ist richtig. Kann er hier klettern? Kann er natürlich nicht. Dann drehen wir noch einmal zurück. Kann man zurückdrehen? Kann ich nicht? Wo ist der Kontrollpunkt denn jetzt? Ach, der dürfte schon da sein, oder? Warte, noch mal einen weiterdrehen. Ist so kostig. Oh ja. Oh ja, wo haben wir den Kontrollpunkt? Der ist jetzt wieder da oben, aber wir stehen halt scheiße. Ach, fuck. Wir müssen, ja, wir müssen leider noch mal komplett drehen. Okay. So. Bleiben wir mal hier stehen und drehen ihn noch mal. So, jetzt ist er da. Das heißt, wir bleiben hier jetzt stehen und drehen ihn. Und dann haben wir den Kontrollpunkt. Okay. Ja, noch einmal. Wir springen vorsichtshalber mal nicht. Wer weiß, ob das klappt. Wir laufen außen rum. Und den ersten Kontrollpunkt haben wir schon mal. So weit, so weit, so gut. Noch vier Kontrollsiegel. Auf dich ist Verlass. So weit, so gut. Was haben wir hier? Okay, so weit, so gut. Kümmern wir uns jetzt mal um die mittlere Rolle. Aber hier ist auch noch eine Kiste gewesen, ne? Ah, shit. Okay, jetzt sind wir eh runtergefallen. Nicht so schlimm. So, jetzt kümmern wir uns um die mittlere Rolle. Die hat... Nee, die hat gar keinen Kontrollpunkt, ne? Oder? Nee, die hat gar keinen Kontrollpunkt. Ähm, aber die führt uns zu einem. Okay. Okay, okay, okay. Ach, ich hab die... Ich drehe das Falsche. Ich bin doof. Ich muss den hier drehen. So, Moment. Ähm, so. Ähm, noch einmal. Jetzt müsste sich der Kontrollpunkt... Ja, hier links oben irgendwie so befinden, ne? Ja, irgendwas stimmt da nicht. Kommt man irgendwie ganz hoch auf den Titan? Moment mal, wir haben Rivalis Sturm wieder bereit. Das sollten wir einmal ausprobieren. Hier. Oh Gott, hier ist auch noch irgendwas zum Drehen, oder was? Shit. Ha. Es wäre schon gar nicht so verkehrt, den Kontrollpunkt wenigstens nur einmal zu sehen. Ist der hier unter uns? Der ist unter uns. Der ist genau unter uns. Okay, der Kontrollpunkt ist jetzt gerade genau unter uns. Wie kommen wir da hin? Weil von innen habe ich auch keine Möglichkeit gesehen, da rauf zu kommen. Oh shit! Okay, 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 okay. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Wie kommen wir denn jetzt da hin? Aua! Ey, hör auf damit! Okay. Bringt uns das denn weiter? Die Kugel? Warum ist da eine Kugel? Oh, was sollen wir mit der Kugel machen? Mir war jetzt noch gar nicht bewusst, dass wir überhaupt eine Kugel oder irgendwie sowas brauchen. Was ist auch dieses Rad hier? Was bringt das? Was ist das? Ich bin jetzt noch nicht bewusst, dass wir überhaupt irgendwie solche Kugeln brauchen. Und ich wüsste auch gerade gar nicht, wofür. Von da oben sind wir runtergesprungen. Ne, da ist dieses Rad. Da ist dieses Rad. Keine Ahnung, was dieses Rad... Okay, aber wir haben schon mal den nächsten Kontrollpunkt. Einen weiteren Kontrollpunkt haben wir schon mal. Weit so gut. Drei Kontrollsiegel fehlen noch. Bitte halte durch. Die inneren zuerst. Okay, macht das einen Unterschied? Dann machen wir das mal. Ah, hier. No. Oh shit, wo kommt die denn her? Nein, dafür brauchen wir die Kugel. Scheiße. Die, wir müssen die Kugel hier drauflegen. Ah. Ja, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Oh shit. Oh shit. Wir müssen die Kugel da drauflegen. Ja, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Ich habe Rivalis Sturm nicht bereit. Okay, das zu drehen bringt nichts. Aber wir brauchen zwei Kugeln. Wir brauchen nicht nur eine, wir brauchen zwei. Okay. Oh. Wo kommt ihr denn her? Okay, okay, okay. Ist hier vielleicht die andere Kugel irgendwo? Achso, da kann man klettern. Okay, hier kommt man wieder rauf. Was ist jetzt das schon wieder? Achso. Das hier soll auch den Strom leiten, oder was? Ah, das soll den Strom leiten, ne? Nachher, wenn wir die Kugeln da draufgelegt haben. Könnte ich mir so vorstellen, auf jeden Fall. Okay. Dann vielleicht so irgendwie? Hätten wir das schon mal eingestellt, wenn das denn so richtig sein sollte. Also gibt es auch zwei verschiedene Kugeln. Nein, wollte die GW2-Story wieder ein bisschen weitermachen. Äh, hab gerade den Teil da als Braham gespielt. Jetzt wieder Drachenhilfe-Mission. Jupp, 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 jupp. Genau so ist das. Okay, wir haben Rivalis-Sturm wieder bereit. Das bedeutet, wir können hier einmal hochjumpen und uns die Kugel wenigstens runterholen. Aber wir brauchen noch eine andere Kugel. Aber so weit, so gut. Schau mal. Was haben wir denn hier noch? Wir brauchen nur irgendwo diese andere Kugel her. Und hier geht es auch noch zu dem... Nee, geht es nicht. Aber was gibt es denn hier noch? Hier muss auch irgendwie der Strom durch. Alter Schwede, ey. Okay, gehen wir erst mal wieder rein. Gehen wir erst mal wieder rein. Auch was das hier soll, verstehe ich halt nicht. Was bringt das? Gehen wir erst mal wieder rein. Gehen wir das? Okay. Aber hey, wir kommen jetzt nur an die Truhe. Ja, nice. So. So. Dann lass uns erst mal um den hier kümmern. Wir kümmern uns jetzt erst mal um den hier. Besser ist das. Wo ist er? Erst mal schauen, wo der Kontrollpunkt überhaupt ist. Oder ist er hier? Ja, ja, der ist da drin. Ja, wie kommen wir da rein? Von oben oder was? Ist oben offen? Oder wie? Okay. Aber wie soll man da reinkommen? Ah, Moment. Ich glaube, ich weiß. Ah, ich weiß. Was heißt ich weiß? Ich habe aber auf jeden Fall eine Idee. Wieso? Und jetzt sollten wir da eigentlich drankommen können. Ah, wenn wir denn, wenn wir denn hier lang kommen. Wir müssen den jetzt von außen holen. Von hier müssen wir den jetzt holen. Ja, genau. Aber es ist noch nicht ganz richtig. Aber jetzt sind wir ja in dem Ding drin. Das heißt, es ist egal. Wir können die Rolle wieder drehen. Jetzt ist ja scheißegal. Okay, nice. Okay, gut. Gut, 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 gut. Jetzt hast du nur noch zwei Kontrollsiege für dir. Noch zwei. Noch zwei weitere. Noch zwei weitere. Noch zwei weitere. Okay. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Aha. Wir brauchen noch eine andere Kugel. Wo kriegen wir die andere Kugel noch her? Oder wie bin ich überhaupt da hingekommen? Von da oben aus, ne? Ich würde halt mal gerne wissen, wo dieser Kontrollpunkt an dem Kopf ist. Keine so gute Idee. Ja, okay. Das ist halt der Rüst. Hier waren wir ja gerade schon. Na? Der ist unter uns. Der ist immer noch unter uns, der Kontrollpunkt. fragt sich nur, wie wir da hinkommen. Wir müssen irgendwie in den Hals rein. Okay. Ich weiß halt auch nicht. Ich weiß nicht, was das hier soll. Was soll uns das hier? Was bringt uns das hier? Das verstehe ich nicht. Oh, herrsinn mal. Oh, weil ich's hier nicht. Oh, meine farewell gelsthe ich. Oh. Thor. Eine antike Achse. Naja gut, naja gut. Boah, das ist nicht leicht, ne? Also wir wissen schon, wie wir an den einen Titanen, wie wir an den einen Kontrollpunkt rankommen. Dafür brauchen wir noch diese andere Kugel, oder nicht? Oder Moment, ach Moment mal, nein, ich habe eine Idee. Stopp, vielleicht klappt das auch anders. Moment mal. Mir fällt da gerade mal was ein. Äh, wie kamen wir da denn nochmal hin? Äh, da oben, ne? Mir fällt da gerade mal was ein, was wir ausprobieren könnten. Ach, das war ein zu tief, scheiße. Wir müssen noch einen weiter hoch. Äh, okay. Wir müssen noch einen weiter hoch. Hier müssen wir hin. Äh, nein. Ich will da zu diesen, wo wir die Kugel hingelegt haben, wollte ich einmal hin. Hier oben war das? Wo war das? Moment mal. Äh, Moment mal. Äh, Moment mal. Äh, Moment mal. Aha, aber was hat uns das jetzt gebracht? Es geht ja sofort wieder zurück. Nein, scheiße, ich habe nicht mehr viele Elektro-Pfeile. Ach, scheiße, aber wir haben auch noch ein Elektro-Schwert, glaube ich. Das müsste damit ja auch klappen. Haben wir noch das Elektro- Das haben wir noch, ja. Ja, es klappt nicht. Should I continue to write in German or English? Also für mich ist besser German. Ach so, oder wir haben das noch nicht richtig eingestellt. Deswegen geht da immer wieder zurück. Das kann auch sein. Aber ich wollte jetzt mal eben eine Sache ausprobieren. Wie komme ich nochmal in den einen Raum, wo wir die Kugel hingelegt haben? Ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkomme. Noch mal hoch. Ah, hier war das. Okay, hier war das. Hier war das. Auch der Arme war das.